In den nächsten drei Jahren wird es vor allem um den Zusammenhalt in der Gesellschaft gehen. Da ist in den letzten Jahren leider sehr viel kaputt gegangen. Für die Große Koalition heißt das, dass wir den Koalitionsvertrag jetzt ganz vernünftig abarbeiten. Da stehen eine Menge Dinge drin, die den Menschen in diesem Land helfen werden. Und die erwarten jetzt von uns zu Recht, dass wir liefern. Und da werden wir dran arbeiten müssen. Mit vielen, vielen kleinen Maßnahmen in den Bereichen, die die Menschen wirklich bewegen. Das ist Wohnen, das ist Pflege, das ist Digitalisierung, das ist Infrastruktur, aber auch die Zukunft der Arbeit.